Herzlich Willkommen! Ich erzähle was zum Thema Jugendtakt und dann mehr Open Data Dinge tun mit Code4de. Code4de ist ein anderes Projekt von der Open Knowledge Foundation. Das ist so mein Kontaktpunkt zur Open Knowledge Foundation. Ich habe die Open Knowledge Foundation mal kennengelernt und bin seitdem da hängen geblieben und will euch jetzt was mit über Code4de erzählen, weil das so ein bisschen Jugendtakt für Erwachsene ist, wie ich festgestellt habe. Um die Verwirrung auszuräumen, ich bin auch Knut. Ich bin nicht der gleiche Knut wie gestern. Ich habe mich also nicht ganz doll geändert über Nacht. Ich bin der andere Knut aus Berlin oder der Not-Knut auf Twitter. Genau, die Präsentation kommt ursprünglich von Thomas, der heute hier ganz fleißig rumgelaufen ist und Datensätze verteilt hat. Die Idee des Vortrags ist, dass ich erzähle was ist Open Data eigentlich, denn das ist das, was Code4de macht. Und dann noch mal so ein paar Beispielanwendungen zeige, vor allem auch Anwendungen, bei denen man sich selber gut einbringen kann. Open Data, das sind Maschinen, lesbare Daten, die unter einer offenen Lizenz stehen. Das heißt, man darf sie mixen und teilen, man darf aus den Daten neue Sachen bauen, man darf die Datensätze miteinander kombinieren und man darf die Daten auch kommerziell nutzen. Traditionell kommen diese Daten von Behörden. In letzter Zeit kommen sie auch immer mehr von Unternehmen und werden genutzt von NGOs und von Bürgern, wobei es natürlich jetzt auch NGOs gibt, die selber Daten produzieren und die unter eine offene Lizenz stellen oder auch NGOs, die feststellen, dass sie spannende Datensätze haben und die freigeben. Was Open Data nicht ist, sind gescannte Dokumente oder PDF-Dateien und Daten in proprietären Formaten, die man eben also nicht einfach auslesen kann. Die kann man vielleicht wieder irgendwie in Open Data verwandeln, indem man sich sein Excel-Sheet nimmt und da eine CSV draus macht. Aber traditionell würden wir eigentlich nicht sagen, dass das Open Data ist, weil es eben wieder eine Hürde ist und nicht für alle nutzbar ist. Genau, dann fragt man sich natürlich, woher bekomme ich Daten? Und traditionell findet man die in den sogenannten Datenportalen. Das sind also von den veröffentlichten Institutionen so Portale, wo sie die Daten kategorisiert haben, hier nach irgendwie unterschiedlichen Themen. Da kann ich jetzt also zum Beispiel mir angucken, ich möchte Daten haben über Gesetze und Justiz oder über Gesundheit. Was wir hier sehen, ist das Datenportal GovData. Das ist das deutschlandweite Datenportal, was die ganzen kleineren Datenportale so ein bisschen vereint, damit man nicht für jede Stadt einzeln suchen muss, sondern an einer globalen Stelle suchen kann. Wenn man sich dann da weiter reinklickt, sieht das zum Beispiel so aus. Hier haben wir einen Ausschnitt aus dem Datenportal von Berlin und man sieht also, dass es so ganz unterschiedliche Datensätze gibt. Bemerkenswert hier die Liste der Badestellen. Das solltet ihr euch merken, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Dann ist natürlich die Frage, vielleicht gibt es aber auch Daten, von denen ich denke, die gibt es, aber irgendwie sind die nicht in diesem Datenportal. Da gibt es dann in fast allen Bundesländern das Informationsfreiheitsgesetz, wo man dann sagen kann, ich glaube, diese Behörde hat die Daten und dann kann man zum Beispiel auf Frage den Staat einfach eine Anfrage stellen und die Behörde fragen, kann ich diese Daten bitte haben? Und im Idealfall kriegt man die dann auch, im super Idealfall muss man nicht mal was dafür zahlen. Wenn doch, dann kann man sich da immer noch an die Frage den Staat Leute wenden und das weg organisieren, hoffentlich. Immer mehr sind aber auch Unternehmen auf die Idee gekommen, dass sie spannende Datensätze haben. Hier hat sich im letzten Jahr vor allem die Bahn vorgetan, die sich früher sehr vehement gewährt hat, offene Daten zu machen, die aber jetzt festgestellt haben, ja, wenn wir unsere Daten freigeben, dann können da Leute Sachen mitbauen, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Und das ist jetzt auch passiert. Die Bahn hat irgendwie mehrere Hackathons veranstaltet, haben bestimmt einige von euch auch mitbekommen und da sind auch irgendwie coole Anwendungen rausgekommen. Und ja, im Umweltraum zum Beispiel hing ja bei uns jetzt auch gerade wieder einer der Datensätze, das Schienennetz, selbst den Heiligen Graal des Verkehrsplanen hat die Bahn rausgegeben. Ja, jetzt hat man die Daten. Daten alleine sind natürlich nett, aber irgendwie muss man dann ja auch was damit machen. Und das ist, wo Code for Germany ins Spiel kommt. Code for Germany, das hat den, die Untertitel Code in Difference, nutzt deine Fähigkeiten, um deine Stadt zu verbessern. Jugend Hakt ist Coden, um die Welt zu verbessern. Man sieht also schon, da gibt es gewisse Parallelen. Und deshalb ist Code for Germany eine ganz gute Idee, das einfach nochmal weiterzumachen, was man hier so am Wochenende machen kann. Wir sind jetzt in 26 Labs in ganz Deutschland, seit 2014, also so seit zweieinhalb Jahren machen wir das. Die meisten Labs treffen sich wöchentlich oder alle zwei Wochen, sitzen dann da so im kleinen Kreis abends und arbeiten an ihren Projekten. Ab und zu organisieren die auch Hackathons. Und ab und zu kommen wir dann auch alle zusammen, um uns nochmal gegenseitig besser kennen zu lernen. Die grünen Punkte, die wir hier auf der Karte sehen können, das sind die sogenannten Digital Refugee Labs. Das war ein Schwerpunktthema dieses Jahr bei Code for Germany, die sich auch nochmal besonders mit dem Thema Newcomer und Migration beschäftigt haben. Auch da kann man wieder eine gewisse Parallele zu Jugend Hakt erkennen. Ja, jetzt noch ein paar Beispiele, was machen wir eigentlich bei Code for Germany. Auf codefor.de slash Projekte gibt es so eine schöne Liste mit lauter Sachen, die wir gemacht haben. Und ein paar von denen möchte ich jetzt mal vorstellen. Die meisten von denen sind Sachen, die man relativ gut auch selber mal machen kann, wo ihr also selber eure Daten reintun könnt oder wo ihr euch selber beteiligen könnt. Das erste, was wir haben, sind die Berliner Badestellen, wenn ihr euch erinnert. Vorhin an dem Datenportal haben wir diesen Datensatz gesehen. Und das ist jetzt einfach mal eine Aufbereitung von den Daten. Der Datensatz beinhaltet einmal, wo sind die und dann beinhaltet er auch noch, kann man da gerade schwimmen oder nicht. Also wird das eingestuft als sicher oder als unsicher. Und das haben sie hier in dieser schönen Kartendarstellung einfach mal dargestellt, so dass man sich nicht immer diese Liste angucken muss, sondern dass man einfach diese schöne Visualisierung für die Daten hat. Eine andere schöne Visualisierung kommt aus Heilbronn. Das sind die Wasserdaten. Die hatten von ihren Wasserbetrieben Informationen zum Nitrat- und Magnesiumgehalt des Wassers. Und dann haben sich da mal ein paar Leute die Mühe gemacht, da so eine Anwendung drum zu bauen. Haben irgendwie Recherche betrieben. Was ist eigentlich Nitrat? Will ich das haben? Was ist Magnesium? Gibt es da Grenzwerte? Wie vergleicht sich das zu Flaschenwasser? Und haben da diese schöne Anwendung mitgebaut. Und dann sind ein paar andere Labs aus Deutschland hingekommen und haben gesagt, das ist eine coole Anwendung. Diese Daten gibt es bei uns auch. Und haben sich einfach von ihren Wasserbetrieben die Daten genommen und in diese Anwendung gesteckt. Es war natürlich viel weniger Aufwand, aber mit dem gleichen Resultat. Jetzt haben nicht nur die Heilbronner eine coole Visualisierung für ihre Wasserqualität, sondern auch die Berliner und die Ulmer. Das ist was, was ihr auch total gut bei euch zu Hause machen könntet. Ihr könntet einfach mal zu den Wasserbetrieben gehen und die fragen, ob sie diese Daten nicht haben und ob die nicht auch unter einer freien Lizenz stehen. Und dann könnt ihr die auch einfach in das Format umwandeln und dann habt ihr auch so eine schöne Visualisierung, was vielleicht auch die Wasserbetriebe wieder selber total toll finden und feststellen, dieses Open Data, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Denn dann haben die auf einmal auch eine coole Visualisierung für ihre Daten. Ein anderes Projekt, was wir relativ viel gemacht haben im letzten Jahr, ist Woes Markt, heißt es. Das ist auch so ein Mitmachprojekt. Da geht es einfach nur darum, Märkte darzustellen auf einer Karte, Wochenmärkte. Das ist ein Datensatz, den gibt es in fast jeder Stadt, weil so ein Markt natürlich bei der Stadt angemeldet werden muss und weil die Städte da auch relativ gut einsehen, dass man das mal veröffentlicht könnte. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben einfach diese Märkte auf einer Karte gesammelt. Am Anfang waren das nur so zwei, drei Städte und im Laufe der Zeit sind aber immer viel mehr Städte dazugekommen, weil es eben total einfach ist. Man macht eine GeoJSON-Datei, schickt einen Pull Request bei GitHub und schon hat man seine Daten auch auf der Karte. Und das ist einmal cool, weil man halt irgendwie nachgucken kann, wo ist jetzt gerade Markt, wo ist nächste Woche Markt. Wir hatten aber zum Beispiel im Berliner Lab auch einen, der dann da ein Chatbot mitgebaut hat, wo ich jetzt also schreiben kann, hey, wo ist hier bei mir der nächste Markt morgen? Und dann kriegt man eine Antwort. Auch das ist wieder so, die veröffentlichen die Daten irgendwie und daraus werden Anwendungen, an die man gar nicht gedacht hätte. Also ich glaube nicht, dass bei der Stadt Berlin irgendwer da saß und dachte, hey, ich veröffentliche jetzt mal diese Marktdaten und dann baut bestimmt jemand einen coolen Chatbot damit. Genau. Anderes Beispiel aus Berlin, auch wieder relativ jugendhaktnah, sind die Schulsanierungen. Berlin hat so ein kleines Problem mit Schulen, die ein bisschen auseinanderfallen. Und da hat der Thomas mal aufgeschrieben, was es eigentlich kostet, die zu sanieren. Auch wieder auf Basis der offenen Datensätze. Das ist auch was, was man bestimmt gut auf andere Städte übertragen könnte. Ich glaube, es gibt noch diverse andere Städte, in denen es Sanierungsbedarf für Schulen gibt. Wenn man jetzt nicht zufrieden ist damit und sich fragt, wer könnte denn jetzt eigentlich mal was daran ändern, dass diese Schulen so kaputt sind, dann kann man sich so Projekte angucken, wie München transparent. Ein anderer klassischer Datensatz, der oft frei ist, sind Informationen aus den Ratsinformationssystemen. Das sind so die Systeme, wo die Lokalpolitiker ihre Entscheidungen treffen und dann schreiben sie die auf. Und die werden in diesen Ratsinformationssystemen gesammelt und verstauben da wieder so ein bisschen vor sich hin. Und die sind sehr unintuitiv und es macht einfach keinen Spaß, die zu benutzen. Da haben ein paar Münchner sich mal hingesetzt und da so eine ansprechende Visualisierung für gebaut, wo man irgendwie nach Kiez suchen kann oder man kann nach Politikern suchen. Und man kann vor allem auch sagen, mich interessiert dieses Thema und ich wohne hier, schick mir doch mal eine E-Mail, wenn dazu was besprochen wird im Parlament. Und dann kriegt man eben eine E-Mail und kann sich beteiligen. Wir haben auch Hardware-Projekte. Das ist ein Projekt aus Stuttgart. Die haben einen Feinstaubsensor gebaut, weil eben Stuttgart in einem Tal liegt und es da ein relativ großes Problem mit Feinstaub gibt, der sich so über der Stadt sammelt und keine so tolle Messinfrastruktur, haben sie sich gedacht, bauen wir einfach selber. Und das ist halt ein cooles Beispiel dafür, wie man auch Open Data selber produzieren kann. Also die bauen jetzt diese Sensoren und verteilen sie überall in der Stadt und daraus fallen lauter Daten, die sie dann wieder unter einer freien Lizenz veröffentlichen können. Das heißt, sie können die selber benutzen. Die werden aber auch zum Beispiel für Wissenschaftler jetzt zugänglich. Und Wissenschaftler können damit irgendwie Städte vergleichen, versuchen Modelle für Stuttgart zu bauen. Ja, das waren so die Projekte, die ich vorstellen wollte. Wie gesagt, wir sind 26 Labs über ganz Deutschland verteilt. Wenn es bei euch in der Nähe noch kein Lab gibt, dann fragt doch einfach mal da so in euren Kreisen, ob nicht irgendwer Interesse hat, mal eins zu gründen. Die ganzen Labs haben auch alle Unterseiten auf code4.de. Da kann man also auf code4.de slash Berlin oder slash Karlsruhe gehen und stehen oben immer die Namen von den sogenannten Lab-Leads. Das sind immer die Ansprechpartner. Genau, guckt doch einfach mal nach und nehmen Kontakt mit uns auf. Ja, cool. Ich kann auch nur berichten, dass die immer sehr spannende Abende sind beim Lab-Leads. Und vielleicht gibt es ja auch Nachmittage, wenn einem die sonstigen Termine zu spät sind. Habt ihr Fragen oder Sachen, die vergessen wurden? Kannst du vielleicht bei der Schulvisualisierung, gibt es da eine URL, die du gleich mal rumschicken kannst, weil die vielleicht einige Teilnehmerinnen auch interessiert, dass sie die vielleicht für ihre Bundesland oder so nachbauen können? Ja, da gibt es hier unten schulsanierung.toursix.de Kann ja gleich mal jemanden festzulecken. Kann bestimmt irgendwer festlecken oder verswitten. Danke ich dir und ja. Ja, vielen Dank.